in tik tok haben die bild den ding haben die kein bild jetzt seht ihr wieder was ihr habt auch wir sehen gerade hammer ihr habt bild tik tok ihr habt bild ihr habt sound tik tok hat auch sound richtig richtig aber wenn es leckt oder uns zu laut ist zu leise ist bitte mal bitte zack ja am allah ist denn ja danke für die ganzen rosen und so ein zeug ja keine ahnung rocker super wie geht es hier wurde für tiktok hast du zeit wochen für tisch nicht gerne meine russisch ist es nicht so gut vergisst uns jetzt sami niemals oder jetzt aber ich muss ja versuchen beides irgendwie ich muss ja mit tiktok reden und mit euch reden jetzt irgendwie also ich soll euch anscheinend sagen bitte teilt diesen stream ich verstehe es nicht okans wieso okans weiß ich nicht ey loli ist so cool ich habe schon lange keine loli mehr gehabt valla ja crazy es ist schon hässlich hier also wir sind in einem bunker äh was mach ich mir habe ich ziele habe ich in einem inventar aha äh was gibt es hier best docks ich kann springen ich kann mich ducken Sasuke Sasuke Arie er ich weiß wie muss appointment auf học an Alter, Sespa Schluni, du bist nicht der Einzige, der kein Eisi, ist mein Abend, Allah, Sasuke, ich esse dich auch kurz, aha, Bacim, Hallo, 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 kannst du mir helfen, bitte, was mach ich hier, Kuram, Schlüssel, kann ich nicht mitnehmen, so, Okan, haben wir DC-2 auf der Liste, sind Retme-Bühne, antwort doch kurz, weil ich erinnere mich an das Game, Selanarikum, Hi, Amsabi folgendes, ich bin hier aufgeracht in dem Bunker, ich hab selber keine Ahnung, was ich mach, Bula, kannst du mir vielleicht bildlich sein, Ich hab mich an, warum wir arbeiten, Ich habe dir gerade nicht zugehört, Bruder. Ich habe ein wenig Zeit. Mir ist ein Mikrobiologer, dellachen. Ja, ja. Die Bacum ist Mikrobiologin, gell? Mikrobiologist Hallo Ich hab einfach mich verklickt, gell? Crazy Hallo Maya Okay Danke für den Sapkuren Let's Observe Froda Talk with Maya, okay? Hız Maya Current Objective Talk with Maya Maya Maya, warum wir so schüchtern? Bacum Svezda Station Und wie sie sind Svezda Radio Station Wieso ich dich kontaktieren? Hier Oh wow Bruder, geh mal bitte auf die Seite Ich muss Svezda kontaktieren Radio Station Wie und wo kann ich die kontaktieren jetzt? Wie und wo kann ich die kontaktieren jetzt? Basement, ich muss nicht da gehen. Katsu, danke für deinen Sub-Korez. Vielen Dank. Auch an die ganzen Blumen und diese ganzen Sachen, die du mir geschickt hast. Konfetti, Team Armband, diese Universum, diese Löwe, Dankeschön für die ganzen Geschenke. Wie und wo kann ich die kontaktieren jetzt? Vielleicht hier. Hier. Wer ist der Station? Hey, Osan, Handl ab, Bruder, jetzt Dankeschön der Nachfrage. Und danke für die 150 Bits, Bruder, für die 130 Bits, Dankeschön. Ja, wir sind hier. Danke für die 130 Bits, Bruder. Danke für die Geschenke auf TikTok, Leute. Lade, mach mal langsam, ich komm nicht mit. Danke für die Rosen. Okay, keep us posted. We'll continue to explore that rock we came across yesterday. Okay, over. Ja, ich hab die kontaktiert, was mach ich jetzt? Put some tea in the kitchen. Jetzt muss ich kitchen finden. Wo war kitchen? War nicht da hinten, oder? Richtig. Alla, Saski, ich komm grad durcheinander, Digga, da regnen irgendwelche Herzen und Blumen und irgendwelche Universum, irgendwas kommt da die ganze Zeit hinher. Dann herzliche März und hier ballern die Bits mit, ich hör nix mehr. Ich soll euch Bescheid geben von TikTok, hier steht, ihr soll meine, Katja, danke für die weiteren 1000 Bits, Bruder, jetzt. Dankeschön. Ich soll euch sagen, TikTok, ich soll meine Zuschauer sagen, bitte teilt den Stream, dies, das. Andra, I love you. Ich dich auch, Katja, Dankeschön. Teilt den Stream, anscheinend, ich weiß nicht, wie man teilt, macht einfach. Er findet schon einen Weg. Kahpe, wo ist Kaffee, Digga? Ist das überhaupt ein Horror, ich raste gleich aus, gerne? Schöne? 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 Könnt ihr mal auf Seite gehen? Wo ist Kaffee? Tee, Tee brauch ich, Tee. Aha. Aha, Küche. Alhamdulillah. Okay. Ich brauche etwas Tee, den Rest davon. Okay, jetzt. Es wäre erst ein Battle, wenn es eine Konkurrenz geben würde. Bei Gänsehaut. Hab ich vergessen? Ah, Mustach ist manchmal Konkurrenz. Na anam, du! Ich bin! Olum, du! Blast du, lan! Damn it, Viktor! Ananavradını! Hu! Sorry, Thomas. Maya is calling you. She says she's discovered something. Seni sikerim, bak. Papi is. Papi is like... Schwein Victor said Maya is calling me Tamam Maya heißt auf Türkisch Hilfe Chris Hey Thomas Ja Efter Wallah Sag nicht Crazy sag nicht Drama bisschen Ich hab mich ein Ich hab mich ein Ich hab mich ein Ich hab mich ein Ah, das war sie. Ich hab mich ein Einzelner Organismus, ein Einzelner Ingenieck. Einzelner Ingenieck. Ich hab mich nicht We need to report this as soon as possible and get down to research. Not quite everything that is needed, but there is. We need to somehow send a sample to our guys from the Institute. I need to read a book on the sofa with a mug of tea. What was that? What was that? Where are they? You have taken a lot from the chat. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Stupid piece of... They didn't get in touch. Yeah, most likely. Or maybe it's because it's a Cold War bunker and all the equipment is older than we are. Oh my god! What's going on? Oh, 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 oh! It's a bad thing. Let's look at this. We'll see every book. All are empty. They have hungry. Oh, I know where the dog food is. Wait, wait, wait. Look, I'm going to the farm. I'm going to the farm. I'm going to the farm. Go ahead. Go ahead. Get down. Sit on the ground. Das war's für heute. anscheinend real life simulator ja was was für ein game wo das karten horror game anscheinend noch können wir nicht über horror reden wo das keine ahnung nun ist das tor im entwicklung die ist das um was geht es denn im spiel wir sind in einem bunker drinnen und demnächst sollte quasi so ein sturm auf ein sturm kommen und hier entsteht glaube ich irgendwas böses gleich wir haben ein virus gefunden eine bakterien noch wissen wir auch nicht viel wir sind fünf minuten oder so erst drin dann chill mal dein leben danke für die weiteren 115 bits saske dankeschön danke an danke für geschenke leute wala ich weiß halt nicht was was so lang schon auch an tiktok dass sie das teilt ja ich hab schon sicher Oh mein Gott. Komm schon. Warum hab ich mal meine... Nein, sie hat mit mir gearbeitet. Nichts. Warum hab ich euch das gesagt? Weil ihr zusammenarbeitet und für einen langen Zeit... Ja, ja. Findet aus wie Dinge... Ja, ja, ich war schon... Du hast schon ein junger Mann. Die Samples in deinen Händen. Ich wollte doch einen Tee trinken. Wieso muss ich jetzt wieder zu Maya gehen, Digga, Wallah. Und zu Hefe. Hefe auch besuchen. Salam. Hey, Thomas. You won't believe... I discovered something interesting. I did a little experiment. I shine a laser on them and they seem to go into hibernation. Activity dropped sharply. But when I turned off the laser, Activity was restored. After I noticed this, I decided to try placing them in an airtight box that didn't let any light in. And they've mul- Yes! Can you imagine? Yeah, yeah. It looks like it. When I conducted an experiment with light, I dimmed the... Let me try to explain. Imagine? That's right. That's for sure. Yeah. Well, good night and sweet dreams, Thomas. Können wir schlafen bitte? I need to go. I need to go. Aha, endlich. No, Victor. Danke für die ganzen Geschenke auf TikTok. Und danke fürs Teilen, Leute. Danke schön. Vielen Dank. Auch an euch auf Twitch. Danke schön für die ganzen Bits und Follows und Subs und alles. There's something in the ice. I scared. You'll die. I need to go. Well done? I need to go. No, 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 no. victor ist nicht mehr da meyer find victor in meyer i got a little duck what happened the light probably wearing a stamp the stars ask me to check ja lass uns doch tasche lampen im bruder jetzt wieso willst du die tasche lampen nicht aufheben ja ram nimmt doch die tasche lampen mit tasche lampen ich maya what happened ist das joke should gar nicht dunkel geh start they're going before picture yes ja danke schön ja danke schön ja 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 Wie gehts denn unten? Ich will nach den Hunden gucken erst mal. Was ist los? Hallo? Ups, psst, hocht, 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 hocht Bring the dogs a lamp from the room I slept in the town. It seems the dogs are afraid of the dog I need to bring them gas lamp. das ist kein problem die hunde gehen voriger scheiß auf victor und meyer war alles was klappt eigentlich so laufen ja doppelt licht weil die hunde sind tod wenn du sie tut das ist guys don't be afraid now we have more lights than me you have food and water so Ihr habt hier gebellt, wieso kann ich das hier aufmachen? Wo ist die Tür ab? Und wo kommt das Blut von? Ich habe noch ein Campuch gesehen, heute. Oh, ich habe es noch ein Campuch gesehen. Ich habe es noch ein Campuch gesehen. Oh, ich habe es noch ein Campuch gesehen. Beruchtig. Words. man what is this it looks like some kind of roof digger verbrennt oder organik einfach verbrennt warte tut so wir haben die tue nie wieder auf der raum hat nie existiert der raum existiert nicht der raum der raum hat nie existiert tue zu i need to track the room with the generator i think i heard so i heard something from there oh mein gut hier ist auch der raum existiert auch nicht ich glaube ich habe gerade ja ja topsen das kann passieren wo ist generator raum das ist funk raum das ist kein generator raum das ist Toilette maybe hier generator raum so aus ist das der generator raum auch nicht das ist der biologie raum muss doch hier sein oder victor are you here nein nein victor gibt es nicht mehr victor ist tot bruder jetzt vergiss mal victor jetzt das küche Tür zu, gell? Tür zu, gell? Ich kriege die Krise, Alter. Aha, vielleicht können wir hier rein. Was doch kein Problem ist, aber wo ist Generator rum? Wo ist Generator rum? Ich verstehe es nicht. Hier, maybe? Noch nicht. Check der Generator rum. Soll nicht. Soll nicht. Soll nicht. Soll nicht. Und der Lebe. Aha. Aha Was clear why the generator turns off this thing is everywhere I I When the wall is As the card rose and love you can explore a man. I have the chapters Check the generation of them is cool. What should I do? Also bisher, das Game, 1-4. Nicht ehrlich. Ich habe ein interessantes Video, was ich gerne mit euch angucken wollen würde. Wenn ihr Lust habt. Du hast Licht. Du brennst hier Licht. Nein, hier ist auch dieses Ding. Hier auch, es ist überall. Es ist überall. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Check the Exit von the Bunker, okay Ja, raus Aufkommen Easy What's up, Simon? Das können wir nicht als Exit sehen Hallo 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 Jetzt gar nicht gut Oh mein Gott Das raus 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Check the Docks Da gibt es keine Docks Da gibt es keine Docks mehr, Bruder Docks sind fertig Docks kannst du vergessen Wenn ich da rüber Wenn ich da rüber Oh mein Gott Der war schwach jetzt Das ist Check die Docks, da gibt es keine Docks mehr Kontakt Station, wie soll ich das machen? Das weiß ich, das Zarya ist calling Tu auf meine teammates, die Hunde sind auch tot Hunde sind wichtiger, Vertrauen Mayday, Mayday, helf uns Hallo, hallo Mayday, Mayday, I need to go out of here This thing is already Ananskim Ren, Bruder, ren Ren egal wohin, ren abon Einfach weg Ja, hier ist Exit, ich muss hier raus Wie? I need to clear away the snow, I can't do it with my bare hands Schaufel in der Bunke, somewhere, somewhere near Mayes Labor In der Nähe von Mayes Labor muss ein Schaufel sein Ich glaube, ich weiß sogar wo Ich glaube, ich weiß sogar wo Äh, ne Kannst vergessen Lord Ramon Hallo, mein Bruder Ist das diese Berggrunds von Ikea? Nein, das ist die Ding Das ist die, äh, Resident Evil von Temu Temu Ey, ich brauche ein Schaufel Ein Schaufel, Kratos, Schaufel, Schaufel, Bruder Hörst du mich? Kratos, Schaufel Ein Schaufel, Bruder Ich spiel's grad nur Ich will's, ich will's gern zu Ende spielen Um zu wissen, was am Ende passiert Das war's auch Das war's auch Seht ihr ne Schaufel? Seht ihr ne Schaufel? Hinter mir an der Tür war eine Schaufel Hinter mir an der Tür war eine Schaufel Ich bin dann wahrscheinlich Hinter mir an der Tür Bin ich jetzt hier richtig? Da! Ja! Danke! Isabel Dings Dankeschön 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 Beruhigen Sie sich Ruhe, jetzt! Ruhe! Hinter mir zu machen Mit Verrückter macht doch Zuladen hinter dir Bellig EASY GOAL Das ist das nicht so Fuck, ist gut Bär rekt Entweder sterben wir vor Kälte Oder wir sterben weil unten irgendein gut wird Renn, renn, renn Renn, renn The doors, the bunker, they are open Have the guys really gotten out of here? Ah, nein! Oh mein Gott hab ich gerade Ich glaub mal da lang wo's so halt läuft I need to go to the base to get the keys Alter Hade, brudan keys Javor Wüzik Hey Can I hear you? Hii hi 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 Please Thomas Is that you ? God I'm so glad hearing you Listen und Ich bin in der Hangar. Ich bin für die Snowmobili. Ich bin hier geholfen. Okay, ich warte. Bitte, hurry. Hurry. Es ist ein Hangar da. Ein Hangar. Das ist ein Hangar. Das ist ein Hangar. Ja, ja. Wir sind gut. Wir gehen da hoch. Wolle ich hab mein Bestes versucht, Bura. Es geht nicht. Ich auch sorry. Wir haben Inaktivität in deinem aktuellen und live festgestellt. Das ist ein Schrott. Ich muss mich verifizieren anscheinend. Wir haben unser Bestes versucht. Wir wollten retten. Ah, hier. Wir gehen da zu einer Herrschubel. Körnchen, was mir nocht quer, was. oh also das leidst du komm ich dahin aber okay von der anderen seite also noch viel spaß mit den hunden ha� sovimetrin alexander oh, Maya, Diggah berek jipp hallah hier hier, mach, hoch Ich will nicht gerettet werden, was muss ich machen? Lan Maja! Langsam, klopf! Langsam, langsam! Was geht ab, Taha? Danke für die ganzen Geschenke. Danke an alles gerade. Ich verstehe gerade nicht, was abgeht. Es ist zu laut alles. Ich stirb. Ich stirb. Victor ist besessen. Was wenn du besessen bist? Was wenn wir besessen sind? Ich weiß nicht. Bitte lasse mich von hier raus. Ja, er hat alle Türen im Labor. Ja, ich bin okay. Aber schnell, er kann auf jeden Fall zurückkommen. Ich glaube dir nicht. Ich glaube ihr nicht. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Du hast die Mateen im Labor. Sehr gut. Wie soll ich Victor helfen uns? Aber was für ein... Sasuke, gute Frage, ich hab's immer noch nicht verstanden. So, kommst du aus Vorzeit, ja, bereits? Wie lange muss ich dich warten, Thomas? Ich denke, ich werde schlimmer. Ich hab sie in der Leppe gesessen. Ich habe sie in der Leppe gesessen. Ich habe sie verletzt. Ich habe sie verletzt. Sie hat mich und versucht sie zu schrauben. Sie hat mich bei mir und versucht sie zu spazieren. Ich bin sie, die durch sie entfernt, und in der Kuschel ist. Ich habe sie in der Basis, um sie zu schlauern. Ich habe sie in der Basis, und habe sie dort geblendet. Ich wollte die Snowmobils, bevor ich sie wundern, aber ich bin... Ich vertraue beiden nicht. Ich will einfach nach Hause. Wala scheiß auf beide, wir gehen nach Hause. Sollen beide sterben. Können wir nicht einfach heim? Ich hoffe, ich habe alles gut. Ich hoffe, ich habe alles gut. Endlich. Ich kann mich nicht besser wissen. Ich weiß nicht. Ich habe nur noch einen Fahrrad zu machen. Jetzt wirklich darüber reden willst du? Ich glaube, ich habe ein Prybar in der Hanger. Es geht! Ich habe noch nicht mehr Ruhe. Was will der? Freibach Was will der von mir? Das Spiel ist zu laut in einigen Passagen, verstehe ich nicht kaum. Tamam, ich stelle das bald leiser, Bruder. Ich kann es gerade nicht ändern. Rest in Peace, Victor. Sie kennen das. Geh raus. Geh raus, Victor. Hallo, hallo! Lan! Lan Matthew! Lan, Gözünün yanlıyım Matthew. Victor! Ula, Victor'e! Sen ist kein Mann. Tippin ich bin, Victor, selber bin, war ja. Thomas will nicht raus, gell? Wir wollen nicht raus. Geh doch raus, Sollum. Ich bin... ... ... ... ... oh mein gott digga wallah berühm dich hadi 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 i free maya maya is siktir et bura maya's light is on it's very bright she can attract oh my god Soldat! Wut sind wir? Die Maja! Employent aus einer Katze! Maja! Sie sind schon bei dir. Höchst! Hallo, hallo, hallo! Lan Maja! Go to the radio room on the second floor, hey, digga. Doe minuut. Go to the radio room on the second floor. Go to the radio room on the second floor, hey, go to the radio room on the second floor. I need to find batteries. I think two pieces will be enough. There's probably, there's probably, there's probably, what's this? What's that? What's that? What's that? Where are the batteries? I managed to escape just... Was ist das? Wenn du und Victor schluckst, ich konnte es nicht, weil Victor erlte. Ich habe angefangen zu sehen, wieder zu gehen. Dann habe ich ein paar Teile. Was? Ich habe nicht gemacht, aufgrund. Alles kann passieren. Als ich auf die Toilette bin, ich bin der Toilette. Und Victor war da. Er war einfach nur so. Ich habe gefragt, Victor. Aber er hat nicht antworten. Er hat mich aufgenommen und hat meine Hand. Ich habe angefangen zu schreien und zu schreien. Nein, das ist nicht okay. Hey, Victor ran after me, that's for sure. Then he left, as if he... What do you mean? What? Damn. So let's get out. Okay, what about this one? Okay. Hey, okay. Oh, Pula, bitte sei leise, jetzt hier. Hange. Alles stirbt gerade. You left me, Thomas. Victor, valla desvani so que mentora. Victor, sikerim bak be lanım, Victor. It's kim, Victor? Victor, beguldis, Pula. Ah! Bağırma, ananı siktiğiniz, bağırma. Victor, beguldis. Hadi Pula, hadi. Allah sende belan versin, Maya. Maya. Thomas, there are samples left. Allah belan versin, Maya. Senin var ya, anana vradını, Maya. Third laboratory on the third floor that we, Ex-Maline, must take the Mufa'lls so that we can study more probably, more south suitable conditions. I know you're mad right now, but what kind of scientist would be... Stirb, aber stirb alleine. Keine Zeit. Contact the guy. Keine Zeit, stirb. Allah, direkt. Allah, fucking jail. Allah, fucking jail. Yeah, yeah. What the hell's going on? About a hour ago, Maya contacted us. She was crying. She said that Victor went crazy and attacked you and her. She said he fucking killed you. That sounds crazy, Thomas. Seriously, are you trying to make jokes? Okay, everything will be fine, Thomas. Calm down. So Maya is alive? Okay, calm down, Thomas. Stay safe. We're already getting ready. We'll be there in about a half an hour. I know you're on edge, but I understand, Thomas. Listen, we'll be there soon. Most importantly, stay in a safe place. You understand? Okay, what's that? What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? I need to go up this to check Maya. What's that? Maya, 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 what's that? Oh my God. Was ist das? Blanversin, Maya, was zuksu hier? Rest in Peace, Maya. Siktir et, Maya gibt's nicht mehr. Siktir et. Ich wundere mich für meine Daphne. Ich muss mich aus dem Weg gehen. Gut, gut. Bist du? Ich wundere mich an. Dasvendere mich an. Ich bin jetzt in die Hand, pop. Ich bin der Schuss Warum hast du mir geholfen? Fähige ich ins защitze! Versteh, herrnitzen! Mein Gott, verdammt Viktor! Viktor noch, damit er sich nicht im Gehen! Dohmt, Viktor! Überdommst du! Findes,erd then! Luca! Daher! liebe grüße ich sehe gerade echt wenig also der chat von tik tok ist ganz am ende von meinem dritten bildschirm auf einem zweiten bildschirm läuft wird ja ich bin doch nur nach hause fahrrad Hade lan? oh mein Gott lass mich auch ein bisschen ab hier liegen ohne Dank für die ganzen Rosen wieso ist das so laut Digger oh mein Gott ist das laut so you're saying that you were scratched by... yeah ja dein Versitz ok, we'll continue later damit, tschau, reich geh ok, Wollah das gehen war schlecht 3 von 10 bei Gott Kannst du mich nochmal grüßen bitte liebe Grüße Lolo ich seh nicht ich hab keine Ahnung wer du bist weil es viel zu weit weg ist ich seh nicht mal dein Bild allah grüßt du mal mich weiss grüßt du mal mich weiss grüßt aus Fillingen Schwenningen das ist crazy das ist crazy Schwenningen ist crazy jetzt, aber Schwenningen, was Schwenningen, wer, wer aus Schwenningen? Schäf im Nassl, Allahüschkür, woher erzählst du mal? Just like a headache, können wir jetzt gehen? Können wir jetzt gehen, Kurban? Kennst du Filling in Schwenningen? Natürlich kenne ich Filling in Schwenningen, ich habe in Schwenningen gelebt, sehr, sehr lange. Okay, ich werde auch zum Zombie jetzt gehen, ich sehe es kommen, ich werde auch zum Zombie jetzt gehen. Rest, ne? Komm auf, geh, rest. Bruder, lass mal Horror zocken, ich bin auch einer, der so ist wie du. Inschallah, irgendwann gerne. Was wollen die von mir? Was wollen die von mir, Digga? Seimen, Abi, ja, wie du mich vergisst, geil. Ich bin halt jetzt. Ey, Lolo, warte mal kurz. Ich muss das, warte mal kurz, Lolo. Schönen mal kurz dein Leben. Wenn das Spiel fertig ist, musst du wissen, wer, wer du bist jetzt. Ja, ich will einen Loli. Was ist jetzt mein Problem? Was ist mein, was ist mein, der, Digga? What the fuck ist das? Keine Ahnung, Bruder, wir sterben gerade. Hanzo, danke für deinen Sub, Bruder. Vielen Dank. Ernst, wie viel? Vielleicht kennst du mich ja, Bruder. Kann sein. Kann sein, dass ich dich kenne. Ich kenne sehr, 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 sehr viele aus Svengien. Sehr, sehr viele. Malik ist beigetreten. Ach, hör mal, dann, gell. Oh, bei Chuba Chubs, das Papier, der Stihl, immer das leckerste, ehrlich. Thomas, are you okay? Thomas in Amina Kodunus, Thomas, geexiert nicht, Bruder. Thomas ist tot. Ey! Oh mein Gott! Alt E4, Digga, Wallah, Billah, bevor ich jetzt Kredits nochmal sehe. Yarım saat, sekiz saat, Kredits. Gar kein Zeit. Er bliekt.